Ja, ich kann mich echt nur den anderen anschließen, also vor sieben Wochen, also ich muss echt sagen, ich bin fasziniert, wie viel sich da getan hat, also da ist so viel Liebe in meinem Leben und in mir so und es geht so auf und ich war halt echt auch beruflich in einer Firma, IT-Firma, das ist noch so mein Teilzeitjob, programmieren IT und die Kollegen, also niemand redet mit dem anderen und alle chatten nur und wirklich keinen sozialen Kontakt und wirklich auch die Arbeit hier, ich merke echt, auch im Job hat sich so viel verändert, also einfach die Leute reden, die lachen, da ist Freude und ich will einfach nur Danke sagen für die Liebe auch, die du wirklich mir und auch den anderen einfach so teilst und uns schenkst, das ist so ein Geschenk und das berührt mich total. Schön, danke, es kommt alles von oben.